und Mottenkugeln. Nachdenklich geht er schwarz gekleidet wie ein Rabe in einem Zauberkreis meinem Backyard auf und ab. Seine Dales from Hollywood hatten Erfolg. Jetzt will er von mir Geschichten aus dem Wienerwald erfragen. Der Schwarzkünstler bleibt wie angewurzelt stehen. Er beugt sich vor, legt den Kopf schief, blickt auf den Rasen. Hat er mein Geheimnis entdeckt? Ich stimme das Lied am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum an, um ihn abzulenken. Zumal es ihm wirklich gibt, den Lindenbaum. Es nützt nichts. Er hat die 30 mal 40 cm großen Flecken erkannt. Ich hätte den Rasen nicht mähen dürfen. Dann hätten sich diese gedüngten Rechtecke verspielt, aber jetzt sind sie eindeutig zu sehen. Skurrile Blüten auf langen Stängeln, und Farne, Springwurzeln und schwarze Bohnen wachsen in Reihe und Glied. Was ist das? Ich lächle verlegen, versuche mich herauszuwinden. Landart in Minimundus-Stil. Experimente eines Bioregisseurs. Mein englischer Gast kneift seine Augen. Irdische Zeichen einer unterirdischen Kunst. Ich muss es ihm gestehen, du befindest dich auf einem Friedhof. Meinem Friedhof. Und die Quadrate sind Gräber. Der Dramatiker. Gräber? In DIN A4-Format? Genau. Es sind die Gräber meiner Projekte. Hier liegen die Drehbücher in ewiger Ruhe. Alle die nicht zustande gekommenen oder verhinderten Filme. Die Abgeschossenen würde der Münchner Produzent wie aus der Pistole geschossen sagen. Treffsicher. Manche Drehbücher wurden alt. Ich habe sie Jahre herumgetragen, da sie nicht auf die Beine zu bekommen waren.